Na ihr Menschen da draußen, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder mal euer FittiHollywood. Heute gibt es mal einen ganz speziellen Vlog, denn ich bin hier gerade bei der Berlin School of Art, wie ihr sehen könnt, und hier gibt es die krassesten und coolsten Talente auf der ganzen Welt. Aber einer von denen, der ist natürlich noch mal viel stärker und viel besser als die anderen. Und zwar ist es der liebe Mo. Und wer das ist und was er drauf hat, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Hallo Leute und willkommen zur offiziellen It's Mo TV vom Boyfriend-Geschminkt-Challenge. Gut, ich bin zwar nicht Azras Boyfriend, aber ist ja auch egal, Hauptsache schminken. So, legen wir mal los hier wundervoll an den Augen. Sieht klasse aus. Tada! Das ist die neue Azra. Oh, ähm, ja, mach mal aus, Samuel, mach mal aus. Hallo Leute und willkommen heute zu dieser wundervollen, ja, zu diesem unwundervollen Unboxing-Video von diesem Smartphone. Und das werde ich jetzt mal hier öff... Äh, genau. It's Mo TV! Okay, Leute, jetzt machen wir ein wenig Sport, deswegen ziehe ich auch mal meine Jacke aus, weil beim Sport soll einem ja auch ein bisschen warm werden. Genau, also fangen wir einfach an, ganz basic, mit dem Liegestütz. Wir gehen runter, in die Hocke, und ich denke, ihr kennt alle den Liegestütz, deswegen machen wir das jetzt einfach mal genau... Das war ja schon ganz schön anstrengend und deswegen gehen wir jetzt mal ins Stretchen über. Also, okay, dann geht ihr einfach runter in die Knie und... Und dann werdet ihr ganz schnell fitter und breiter und geht vielleicht einfach nicht ganz so tief runter. Genau. Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute gibt's ein Haul-Video. Äh, ja, ich war jetzt zwar nicht einkaufen, aber in meinem Rucksack sind super viele spannende Sachen. Fangen wir mal hier vorne an. Hier haben wir ein Kaugummi-Sorte... ...alt und hart. Das kostet... Ja, kostet halt Geld, kann ich's sehr weiterempfehlen und... ...solltet ihr euch alle kaufen. Genau, und schaltet auch das nächste Mal ein bei It's Mo TV! So, Leute, das war's doch schon mit dem Video. Jetzt wisst ihr Bescheid, wer Mo ist. Ein cooler Typ, richtig verrückter Typ mit den coolsten und crazysten Ideen. Deswegen schaut auf jeden Fall auf seinem Kanal vorbei, It's Mo TV. Und dann würde ich sagen, es hat mich gefreut. Euer Fitti Holy World, macht es gut. Peace! So, Leute, schön, dass ihr wieder dabei wart. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch beim nächsten Video, wenn euch dieses gefallen hat. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne ein Abo oder auch einen Daumen nach oben dalassen. Natürlich alles kostenlos. Oder auf die Links um mich herum klicken, um ein anderes Video anzuschauen, wenn ihr Bock habt. Also, ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Euer Mo.